Exzellente Wissenschaft und Forschung und Dynamo Dresden haben eins gemeinsam, das ist das Streben nach Höchstleistung. Wir haben so viele tolle Institute hier an der Technischen Universität, wo wir im Moment gerade prüfen, wo sich Schnittstellen ergeben, wo man Synergien erzeugen kann und das alles im Sinne des Dresdner Spitzensports. Halten wir es allgemein, was für Dresden gut ist, ist für Dynamo gut.